Freunde, was geht ab? Herzlich Willkommen. Also erstmal muss ich sagen, Yoshi's Quit. Dicke, dicke, dicke Respekt geht raus, dass du so gut an der Switch, an diesem Zeichenprogramm zeichnen kannst. Yoshi's Quit. Wirklich meinen größten Respekt. Nach dem Intro geht es direkt weiter mit den Dreikaufkämpfen. Viel Spaß. Mein Leute, vergesst alles, was ich in diesem Video über noch weitere Splatfest-Videos gesagt habe. Ich wusste nicht, wie es gekommen ist dann tatsächlich an diesem Tag. Also es wird kein weiteres Splatfest-Video geben, nur mal so zur Info. Jetzt geht es aber weiter mit dem Video. Viel Spaß. So Leute, und falls ihr die Splatfest-Ergebnisse sehen wollt, dann könnt ihr einmal in den ersten Link in der Beschreibung drücken. Da habe ich live reagiert drauf. Und wir sind natürlich als erstes die Verteidiger. Ich habe es mir eigentlich schon gedacht, weil ich meine, Nessie ist halt schon sehr groß, was das Ganze... Ich glaube, Nessie hat einen sehr hohen, ich wollte gerade Marktanteil sagen. Einen Tonanteil, was das Splatfest angeht, weil ich denke, entweder fanden viele halt einfach das eine geil, was ich glaube, ich mache mal kurz ein bisschen den Sound leiser. Der ist mir dann doch ein bisschen zu laut. So, und ich porte mich mal hier hin. Oh shit. Das ist dann ein Schild. Ich finde diese Map gerade sehr verwirrend. Also, ich weiß jetzt gerade nicht so, wo es, ähm, lang geht. Also, ähm, ja. Ich habe auf jeden Fall Plan. Sagen wir es einfach mal so. Ich glaube, hier, äh, Klecksroller zu spielen wäre smart. Also, irgendwas mit Schild. Halt, ähm. Oder irgendeine Ult, die das irgendwie verteidigen kann. Shit. Ähm, also wie gesagt, jetzt auch lang kein Verteidiger mehr gespielt. Okay, die haben die Spawns und wir, also ich habe dieses Drei-Farb-Dings immer noch nicht so ganz verstanden. Ich sage einfach mal so, wie es ist. Nein, 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 nein. Okay, gerade noch rechtzeitig. Wirklich gerade noch rechtzeitig. Okay, da ist ein Disperser. Finde ich nicht geil. Finde ich ehrlich gesagt nicht geil. Okay, da ist noch einer. Okay. Hä? Was war das denn für ein Betrug jetzt gerade an der Stelle? Ich hatte doch... Ich war doch in meinem Bugler-Schild. Wo liest das? Wo liest das vor das Scam? So, ich danke, da in der Mitte ist ganz gut. Okay, doch nicht. Äh, Hilfe! Also ich sehe schon hier, Drei-Farb-Kämpfe mal wieder ganz toll. Ey, ich hasse Drei-Farb-Kämpfe auf der Verteidiger-Dingens. Ich soll vielleicht aber auch einfach eine andere Waffe spielen. Also für mich war dieser Präsident dann doch sehr da gewesen. Also, oder sein Geist hat mich getötet. Das ist, ähm, könnte natürlich auch sein. Okay. Ist jetzt relativ ungeil hier. Okay, hau ich noch mal ein Bugler raus? Ich glaube, das könnte uns helfen, wenn ich jetzt noch mal ein Bugler raushau. Oh, ja, perfekt. Mach mal da hin. Und hier. Das ist gut. Ich hab sie ins... Gott, ey, bin ich dumm. Oh Gott. No. Ich würde sagen, den haben wir nicht. Oh nein. Oh nein. Ich hasse Verteidiger. Ich mach mal ganz kurz die Tür zu. Ich hab mir gedacht, wenn wir wieder Verteidiger sind, was wir höchstwahrscheinlich sind, oder? Nein, okay, doch nicht. Okay, wir spielen alle Nessie. Es sind alle Nessie. Es... Ey. Okay, ich glaub, in Punktstimmen haben, hat Nessie auch gewonnen. Wir sind einfach alle Nessie. What the beep? Okay, der erste ist schon mal stabil getötet worden. Gut, Sprenkler und Klecksroller können jetzt auch nicht ganz so viel einklemmen im Alleingang. Okay. Shit. Oh Gott. Ja. Wir haben's, wir haben's. Neuer Punktzentimeter. Schei. Schei. Okay, fällt noch ein bisschen unseren Spawn ein. So, wenn ich jetzt hier anfangen will, dann sag ich einfach so. Also, irgendwie ist ein Klecksroller da doch nicht so die Waffe. So, ich sag ich jetzt mal so. Okay, na, es haben jetzt beide so Riemäßchen genannt. Ja, das ist nice. Jetzt müssen wir nur noch möglichst viel anfärben. Ob wir das mit einer Minute noch schaffen, ist die andere Frage. Ja. Achso, ich war all's und sind. Okay, okay. Ich hab nix gesagt. Nix gesagt. Jetzt ist halt Schild useless. Okay, jetzt fühlen wir nice. Oh mein Gott. Nice. Mit überrollen hab ich zwei gepillt. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Okay, der ist aber noch einer. Shit. Hättet ihr mich denn... Okay, ich war nicht mehr ein Shit. Nice. Okay, okay, okay. Oh, oh, shit. Oh Gott. Ich mein, es geht so oder so auf unser Konto, weil es sind dann alle ziemlich nassig. Aber ich glaube, wir haben es wohl. Und dann bin ich ein... Ey. Gut. Ähm, ja. Klex-Troller ist doch nicht so meine Waffe. So. Und weil es heute auch nur drei Vorkämpfe gibt. Und wir wieder alle Nessie-Dinger, äh, alle Nessie-Team-Mitglieder sind. Ich weiß halt nicht, spielen die anderen Leute von den anderen Teams überhaupt noch? Gut, in der ersten Runde hatten wir das. Aber ansonsten, da, äh, hä? Also ich, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das actually nicht. Okay, das verstehe ich jetzt. Das war, äh, fehlende Skill. Nicht vorhandene Skill. War das? Das ist, äh, gar keine Frage. Weil, ich glaube, ich mache jetzt noch ein, zwei Kämpfe. Mit, äh, drei Farbkopf, dann, äh, scheiße. Okay, das ist doch, wollen wir das mal sagen? Okay, shit. Äh, das ist jetzt ungeil. So, öffne ich die Karte. Ach, Mann, ey. Ja, mach's nicht. Also, einfach nur, dass wir hier mal ein Match gewinnen. Aber das scheint ja irgendwie nicht drin zu sein, ne? Vielleicht sollte ich auch einfach mal aus der Lobby raus. Ich wäre es nicht, Leute. Ich wäre es nicht. Und, die Frage ist jetzt halt, der Tag ist ja noch jetzt recht jung. Wäre es für euch okay, das frage ich jetzt an alle Zuschauer, die dieses Video gucken, bitte einmal in die Kommentare schreiben. Ähm, wäre es für euch okay, wenn ihr bei mir jetzt keine Dreifarbkämpfe mehr sehen würdet? To see. Ähm, sondern nur normal, sondern nur normale Kämpfe, weil in diesem Modus bin ich einfach noch schlecht. Und ihr könnt jetzt entscheiden. Ach, wir sind ja lieber. Okay, das wäre jetzt eine ganz dumme Idee von mir gerade. Okay, ich muss ihn, ich muss ihn zu kochen. Ja, wir haben es, wir haben es. Nice. Ha. Was? Es gibt noch ein Scremier-Signal? Okay. Oh, scheiße, ich habe das Bild verwackelt. Das tut mir jetzt auch richtig leid. Ähm. Okay. Ich mache Doppelkirchen mit Haftbombe. Das ist chillig. Ich habe, ich habe die Spezi noch aufgestellt hier, ne? Also der, äh, Sprengkler, der ist gut. Der kann was. Finde ich nice. Das finde ich nicht nice. Das finde ich gar nicht nice. Ich finde es so ungewohnt, dass wir jetzt eine andere Farbe haben. Das kommt so gar nicht in meinen, äh, da kommt so gar nicht drauf klar irgendwie. Ich verstehe es auch nicht. Ich bin noch zu dumm für die Spiele. Sagen wir es einfach so, ich bin zu dumm für dieses Spiel. Sagen wir es einfach mal so. Und wetten, das haben wir auch nicht gewohnt? Sagen wir es einfach mal so. Ja. Sagen wir es einfach mal so. Ja. Äh. Wir machen jetzt noch einen Kampf. Und dann mache ich entweder, also ich produziere vielleicht noch eine Folge nochmal und dann war es mit dem Splatfest. Also ich spiele noch weiter, aber von mir war es es dann. Bis zum nächsten Kampf. So Leute, ich hoffe, ich habe noch rechtzeitig drauf gedrückt. Okay, wir sind mal wieder Verteidiger. Ach ja. Allerdings, dass wir andere Farben haben. Das finde ich nicht nice. Aber ich finde, ich sehe jetzt auch gerade so die Notwendigkeit dann einfach nicht, die ganze Zeit einfach nur gegen unser eigenes Tier zu spielen. Also jetzt mal, jetzt mal in echt jetzt, also warum? Warum? Ach nein. Jetzt sind wir Verteidiger und daran habe ich nicht gedacht und deswegen haben wir jetzt ein Konfensproblem. Okay, aber ich denke, wenn wir die so zu viert, sind wir ja jetzt, ne? Ja, wir sind zu viert. Okay, sehr. Zu zweit verteidigen wäre ein bisschen gemein. Okay, da ist einer von uns down. So, den kriegen wir auch kurz. Kriegt das hier? Kriegt das hier? Kriegen wir. No, da bitte. Ich sende es jetzt einfach hier drauf immer so. Because Tree. Wie man hier so nicht sagt. Okay, ciao. Okay, ciao. Okay, ciao. Ich will ja gehen, aber ich kann nicht gehen. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen haben wir jetzt eigentlich. Nope, Schüssi, Kowski, Scheiße. Mhm. Ach ne, als wir das jetzt hier verloren haben, das ist gar nicht geil. Aber im Endeffekt haben wir noch mal Verteidiger. Aber wir spielen halt immer gegen unser eigenes Team. Und da sehe ich die Notwendigkeit einfach nicht. Wir sind immer die gleichen acht Spieler und werden halt in unterschiedliche Teams aufgeteilt. Und dann, ganz ehrlich, sehe ich... Scheiße, sehe ich einfach mit ein, das ist jetzt hier so... Ähm... Das war lucky. Shit, das war nicht lucky. Wieso ist es schon wieder unscharf? Jetzt habe ich auszusehen auf meinen Toilette gedrückt. Also ganz ehrlich, jetzt nichts gegen den Flex-Roller-Spieler, aber der Flex-Roller... Auch macht Sinn. Nichts gegen den Flex-Roller-Spieler, aber der Flex-Roller kann nix. So, jetzt hat. So, ich denke, mit Booyah kann ich ganz gut helfen. Deswegen ist die Airbrush einfach geil im Spapfest-Dingens-Kampf. Dreifach-Kampf. Shit. Ich finde es halt so weird, dass drei Spawns gleich nebeneinander sind. Team, haltet das bitte. Haltet das bitte einfach. Haltet das einfach. Bitte. Sieht gut aus. Ja, Mann! Okay, doch. Also ich muss sagen, mit diesem Sieg ist es doch kein unwilliger Abschluss. Ähm, wenn ihr wollt, dann nehme ich heute Abend vielleicht. Also ich verspreche dann nicht mehr, dass die Folge heute am Spillfest-Sonntag kommt. Und deswegen würde ich sagen, meine lieben Freunde, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch ein ganz schönes Plattfest. Und adios und cheerio. Bis zum nächsten Video. Liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Ciao! Liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.